ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Domi! SSJ? Die Allerechte? Ich hatte schwarze Haare, ich hatte rote Dreadlocks Also... Ich hab fast alles gehabt, kann man so sagen So, ich hoffe mal jetzt nicht, dass ich hier irgendwie die Kiste verpeilt hab Oh, da ist der geile Ebelstein Kristall, Entschuldigung A Super Saiyajin Okay In meiner Erinnerung waren sie grün Ja, Türkis war auch dabei Und Lila Lassen wir das ein, weil ich hatte bunte Haare So Das ist der letzte, ich glaub schon, ne? Ja Puh Oh Okay Haben wir alle Kisten Ja, nice Schön Ach, schön ist der, hallo So Natürlich auch Würde gerne zugucken Ich muss aber leider noch bis heute um 0 Uhr ein paar E-Learning-Aufgaben bei der Berufsschule abgeben Ich hoffe, ich kann beim nächsten Mal wirklich dazugucken Hoffentlich Letztes auch wieder hoch Ja, also Crash werde ich auf jeden Fall hochladen, wenn wir da komplett durch sind Weil das hat mich bei Crash 1 ein bisschen gestört, dass das immer so Hackepeterweise gehackstückelt kam Und so kann ich das dann komplett am Stück hochladen, das ist mir dann irgendwie ein bisschen lieber Ähm Ja Aber jetzt wird's kommen, also ich werd's hochladen auf jeden Fall So Also ich wünsche dir, ja, viel Spaß, kann man nicht sagen, aber viel Erfolg eher bei den Der Hackfleisch hassende Zerhacker Ähm Ja, viel Erfolg bei den Aufgaben E-Learning Shit Äh, Rothansel Bei Highroad Ja, da war ich glaub ich in der Übergangsphase zu Dreads, glaub ich Okay, Night Flight Das Level, was wir vorhin als erstes machen wollten Aber weil ich gesagt hab, nee, wir haben bisher immer alle nach der Reihenfolge gemacht So, Bier ist alle, alle Jetzt hab ich keins mehr Was gab's denn hier? Was gab's denn hier? Gab's doch irgendwas, irgendwie ne... Weggabium oder sowas Oh, eine Totenkopf-Plattform, okay Okay, dann machen wir die doch, ne Das war aber nicht so geil Also Edelschein Wirklich 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 Oh Gott, Höckfisch. Was? Was? Oh, Zeit. Ah, toll. Ich glaube, da waren nur am Ende irgendwie ein paar Kisten oder sowas. Glaub ich. Oh, der hat doch ein ganz schönes Stückchen. Nein, nimm das nicht. Frotze. Oh. Ich muss das Crash-T-Racing erstmal auf Platinum holen, ey. Ich muss das so schleifen lassen. Alter. Seid doch verrückt. Von her, du Vieh. Ja. 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 Ich hoffe mal, dass da keine waren. Ja. 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 Ich glaube, das waren nur die zwei Kisten. Ich gehe jetzt einfach das Risiko ein, dass es nur diese beiden Kisten waren. Wenn nicht, müssen wir es halt nochmal machen. Ja. Ja. Schön. Geil. Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, ich habe es noch nicht auf Platinum. Kommt aber auf jeden Fall noch. Helfter mach dich von müWhoa. Pack Attack, das nächste. Dasかな. V., M, V., M ... ... St ول, N, V., M, D. Ah, ich hab die Glasscheibe gar nicht gesehen. Böse Kiste. Okay. Kann dann sein, dass wir die Animationen irgendwie schneller gemacht haben. Ich hab hier irgendwie langsamer in Erinnerung. Also im Original sowieso. Da dauert die sowieso länger. Aber hier hab ich in Erinnerung, dass die auch ein bisschen länger dauert. Ja, Kiste. Ja, Kiste. Ja, Kiste. Ja, Kiste. Alter, hab ich eine Sahne gehabt. Ja, Kiste. Ist hier noch irgendwo was? Tod auf jeden Fall. Wunderbar. 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 Ich glaube hier oben, das war die Kiste, die man sehr oft übersehen hat, im Original. So, ich muss da hier gucken. Egal. Ja, schön. Habt ihr den Kristall vergessen? Echt jetzt? Tatsächlich. Ich hab den nicht gesehen. Ich glaub, das ist mir in dem Level tatsächlich schon mal passiert, dass ich den nicht eingesammelt hab. Aber es ist ja nicht so schlimm. Kisten sammeln ist anstrengender. Deswegen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.